Hm, diese Ananas schmeckt bestimmt unheimlich lecker. Wenn nur dieses lästige Schälen nicht wäre. Aber dieses Schnibbeln und Schneiden hat nun endgültig ein Ende, dank dieses praktischen Ananasschneiders aus Edelstahl. Der Ananasschneider besteht aus hochwertigem Edelstahl. Er verfügt über zwei Schneidflächen, eine für das Mittelstück, eine für die Schale. Und so geht's. Schneiden Sie zunächst den Strunk der Ananas ab und setzen Sie den Edelstahlschneider an. Drehen Sie den Schneider nun wie einen Korkenzieher in die Ananas hinein. Das Fruchtfleisch wird dabei in Scheiben geschnitten. Sobald der Korkenzieher komplett eingedreht ist, ziehen Sie ihn mitsamt des Fruchtfleisches heraus. Jetzt müssen Sie nur noch den Griff des Edelstahlschneiders abnehmen und schon können Sie das Fruchtfleisch abziehen. Die Ananasschale wird nicht beschädigt und lässt sich zum Beispiel als originelle Schale für einen Obstsalat nutzen. Geht schnell und macht wenig Dreck. Dieser praktische Edelstahl-Ananasschneider ist Pflicht für alle, die gerne Ananas mögen. Und wenn es so einfach geht, schmeckt die Frucht gleich nochmal so gut. Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017